Man könnte meinen, dass das Spiel hier wird langsam und langweilig. Ich finde aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe selten so viel Spass gehabt an einem Civ 6 wie an dem. Das liegt aber nicht an Kanada. Ich glaube wirklich, das liegt an dieser Erweiterung. An dem Gathering Storm Zeug. Irgendwie macht das einfach noch Spass und es läuft momentan auch gut. Auch wenn nicht viel passiert, so offensichtlich. Aber hindurch weiss ich, dass wir hier schon noch einmal. Früher oder später. Ja. Drei Funken wollte ich sagen. Aber diese Flut war nur gemässigt. Es kostet auch keinen Leuten das Leben. Von daher war es easy peasy. Wir sind wieder inspiriert. Und das Mittelalter endet bald. Ähm. Wo? Du bist nicht kaputt gegangen, oder? Jawohl. Was haben wir denn hier wieder für einen Widmungspunkt bekommen? Hey, das könnte noch länger. Ja gut, 5 Punkte, das sind schon noch viele. Äh ja, das habe ich auch gesehen. Ich wollte löschen. Hallo. Das haben wir auch gesehen. Mal Badgurie mit einer Uni schmücken. Oder ein Amphitheater. Oder ein Aquadukt könnte man natürlich auch. Wobei ich habe hier recht viel Wohnraum. Aber ich meine, wir könnten die Stadt schon noch etwas mehr pushen. Das wäre jetzt also nicht so abwägig. Äh. Ah, ich müsste es hier oder hier machen. Wieso kann ich es nicht hier machen? Hä? Das ist doch auch am Fluss. Ah, es muss an der Stadt hier sein. Jetzt habe ich es zu checken. Aber ich glaube, dann mache ich es hier. Das mache ich doch tatsächlich. Weil dann können wir nämlich die Stadt ins Unermessliche. Ähm. Drei Runden. Dann kommt das sogar. Wow. Da kommt es sogar auch gut. Wunder. Prächtig. Da könnte ich auch ein Aquaduct bauen. Ja natürlich. Ich könnte auch eine Terrakotta Armee bauen. Äh. Wie wäre es, wenn du aber noch einen Handwerker machst da oben. Weil da müsste noch ein paar Sachen abgeraset werden. Du hast den Hafen gemacht. Sag nicht so etwas. So cool. Dann könnte ich ja du da gerade nochmal einen Leuchtturm drauf setzen. Oder wie sieht es mit dem Handelszentrum. Wow. Plus drei da. Aber das ist ein schönes Feld. Das möchte ich eigentlich nicht. Wenn schon, dann schon das. Aber ja. Wir warten mal schnell mit dem. Wir machen das erste Leuchtturm. Oder eine Karavelle. Habe ich eigentlich mal wollen. Ähm. Karavelle. 14 Runden. Wow. Die machst du mir auf jeden Fall als nächstes. Komm. Das ist schon gut so. Äh. Dann haben wir dich. Und wir können wieder ins Wasser schicken. Einfach, dass du wieder etwas baden und dich waschen. Es wäre nämlich mal an der Zeit. Södelä. Mit dir gehen wir hier rüber. Jawohl. Und dann haben wir doch hier nochmal einen Bautrupp. Wo ich hier hin schicken will. Weil ich das Feld hier kaufen will. Ähm. Du kannst ja hier mal ein bisschen raus schauen. Ja. Und dann kannst du wieder retour. Dann sagt man patrouillieren. Ähm. Du kannst jetzt hier das Zeltlager bauen. Nice. Das gibt wieder Stutz. Und wir könnten uns eigentlich mal etwas kaufen. Wow. Und Patgary und Vettibäck wachsen. Wie sieht es eigentlich da so aus? Ich meine. Da ist nur Washington wirklich eine grosse Stadt. Der Rest ist nichts. Da haben wir Rad. Cadet. Was ziemlich gross ist. Und da ist Voronest gross. Und der Rest ist nichts. Ich meine. Da sind ja meine Städte. viel, viel, viel grösser. Witteschön. Wahrscheinlich haben wir auch am meisten Leute auf dieser Welt. Äh. Wer braucht denn noch einen Befehl? Du. Die könnte man jetzt upgraden zum Plänkler. Das machen wir auch gerade. Und dann geht's in die nächste Runde. So wie es aussieht. Er gibt gerade eine fremde Delegation empfangen. Sie scheint von Amerika zu stammen. Äh. Könnte ich eigentlich da auch noch irgendjemand einen... 5 Runden. Dann gibt's die nächste Sitzung. Okay. Ähm. Ehm. Eine Delegation schicken. In 3 Runden ist das. Ja ja. Ich weiss. Montpedgary hat keinen Wohnraum mehr. Zum Glück mache ich das. Und Pernanto auch nicht. Ah. Das ist aber schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Warte. Ich will da schnell schauen. Äh. Dauerhafte Botschaft einrichten. Für 30 Gold. Ähm. Das wäre eigentlich noch etwas. Wir sind ja äh. Kumpels. Oder? Komm. Machen wir. Äh. Wir freuen uns. Sehr schön. Das machen wir im Fall jetzt überall. Sogar beim Teddy machen wir das. Äh. Wir freuen uns. Sehr schön. Wir machen es auch beim Peter. Wir freuen uns. Sehr gut. Und wir machen es auch bei den Cleopatra. Wir freuen uns. Hoi Reka. Haha. So viel Freude herrscht da überall. Kann ich jetzt wieder mal etwas handeln? Ja. Ich habe ja jetzt einmal Pelz. Du hast ja keine Pelz. Du hast ja nur Bernstein. Was gibst du mir da dafür? Sicher nicht das. Nimm mal das weg. So. So sieht das aus. Acht. Gold. Pro Runde. Ich würde es für neun machen. Okay. Also. Gut. Für acht. Aber gibst du mir da noch etwas. Gold. Sagen wir zehn. Hä? Was meinst du? Willst du nicht? Komm jetzt. Um fünf. Auch nicht. Wie sieht es denn mit drei aus? Echt jetzt? Du willst mir kein Geld geben für den Shit? Also gut. Kannst du es gleich haben. Tschüss. Wir haben hier noch eine versteckte Agenda. Da. Ah. Das ist aufgeploppt. Weil ich die Umwelt respektiere. Ja klar. Ich bin ja auch ein Ranger. Ein Grüner. Also eigentlich einfach ein Inuit. Ein weiterentwickelter. So. Weiter geht's. Wir brauchen noch mehr Land. Da. Eigentlich müsste ich das da noch kaufen. Dass ich da auch noch ein bisschen Produktion hätte. Das wäre vielleicht schlecht. Dann wirst du nicht nur wachsen. Sondern auch noch etwas produzieren. Weil sonst produzierst du da nämlich gar nichts. Du bist überhaupt keine Produktionsstatt. Aber das ist im Fall völlig okay. Okay. Wie viel Aufladung hast du noch? Zwei. Okay. Ähm. Das können wir aber eigentlich mal so lassen. Wobei. Dann komm. 5 Runden. Das Geld sparen wir in diesem Fall. Dann gehst du lieber hier rauf. Den Pelz noch holen. Dann können wir dann mit dem auch wieder handeln. So. Du musst als nächstes hier rauf. Aber du patrouillierst weiter. Deine Kreise und Runden. So. Ich will da irgendwie mal einmal rüberkommen. Komm ich mit dem Plänkler. Da rüber. Wow. Cool. Äh. Wieso bin ich jetzt schon auf die nächste Runde? Ich hätte jetzt noch ein paar Sachen ansehen. Du willst diplomatische Gunst? Nein. Gibt's nicht. Nicht von mir. Die kannst du da eben anders holen. Äh. Amerika hat in Washington Platz für die verbotene Stadt. Wo ist Washington? Da. Da hat's ja gar keinen Platz für eine verbotene Stadt. Wo willst du denn die bauen? Was? Schon wieder. Grosse Flut. Wow. 1B Völkerung hat's mir gekostet sogar da mal. Wow. Aber vier dünnte Felder. Und 1B Schädigst. Wo ist denn die gewesen? Was ist denn das da? Am Nelson River. Ja. Ist gut. Ja. Ist gut. Äh. Das ist tatsächlich da. Ah. Schau. Meine Einheit hat ein wenig gelitten da. Wow. Okay. Krass. Äh. Was hast du gemacht? Ah. Du hast ein Aqueduct gemacht. Darum habe ich jetzt auch das fertig. Genau. Äh. Ich brauche noch einen Handwerker oder einen Siedler. Das ist klar. Ich brauche aber eigentlich auch all das da. Aber du bist eben so schnell im Handwerker rausgehauen. Darum hauen wir gleich noch mal einen raus. Und dann. Was machen wir? Da. Ich würde sagen wir gehen da Richtung Bankwesen. Oder? Dann haben wir zuerst das und dann das. Ja. Das läuft. Das ist doch gut. Äh. Äh. Da. Wämmer. Habe ich den Stutz? Ja. Natürlich habe ich den Stutz. Das da oben. Wämmer kaufen. So. Genau. Dann gib mir das auch fix. Dann geht es noch 9 Runden. Äh. Du. Kannst jetzt da das machen. Und es geht immer noch 9 Runden. Merde. Geht das nicht schneller. Nein. 1, 2, 3. Wieso habe ich das hier noch nicht? Und das hier noch nicht? Das müsste ich ja auch noch machen. Merde. Ich sehe solche Sachen aber einfach viel zu spät. So wie es aussieht. So. Wie weit über können wir da eigentlich? Bis so weit wie wir wollen. Ja. Also dann gehen wir so weit über wie wir können. Irgendwann kommt ja dann da schon. Festland. Kazan. Hat es gegeben. Äh. Da machen wir auch einen Bautrupp. Wollte ich denn da wirklich noch einen Bautrupp machen? Weil brauche ich denn den überhaupt? Ja. Erst wenn ich dann die Stadt hier oben habe eigentlich. Wobei da. Da habe ich dich noch. Ich brauche da keinen Bautrupp. Ich muss da etwas anderes haben. Ein Siedler wäre cool. Äh. Ich wäre aber glaube ich zuerst einmal für die Uni. Wir machen da jetzt zuerst die Uni. Dass wir uns weiterbilden können. Nice. Da gibt es ja auch einen Campus. Guten Tag. Es ist mir hier persönlich kennenzulernen. Hoi Peter. Der zweite. Ja wir tauschen unsere Informationen gleich aus. Du bist da vorne. In Rio. In Janeiro. Sehr gut. Ähm. Ich komme jetzt bald in ein goldiges Zeitalter. Wenn das so weitergeht. Russland Forschung für Technologie Ausbildung abgeschlossen. Grosse General Etel Fleda. So so. Ähm. Die grossen Generale sind mir eigentlich egal. Ganz ehrlich gesagt. So. Der historische Moment. Kannst du mir dann gleich zeigen. Sobald ja noch hier nicht mehr steht. Dass ich bitte warten sollte. Und schon wieder eine Naturkatastrophe. Was ist denn los da? Wow. Lage, Lage, Lage. Aber das ist einfach eine grosse Flut. Wenn ich uns zwei. Dünnte. Felder. Beschert. Dankeschön. Ähm. Ja. Haben wir ein paar lange vernichtet. 880 nach Christus. Haben wir übrigens. Nein. 900 nach Christus. Man hat die Geburt Jesu völlig verhängt und verpasst. Merde. Aber darum geht es ja auch wahrscheinlich den Glauben. Ein klein. Ah. Da bist du irgendwo hergekommen. Peter. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Ja. Mach nichts. Durch den Abschluss des Handelsweges. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Du bleibst einfach mal hier stehen. Das ist okay. Dann könnte das jetzt. Ist das eigentlich ein Luxusgut? Die Banane. Bonusressource? Nein. Ist kein Luxusgut. Ähm. Aber da gibt es eben eventuell. Wir könnten das jetzt. Voll. Ab. Ernten. Und dann hier nochmal einen Campus machen. Oder. Weil. Der Campus gibt. Da plus vier. Gut. Da gäbe es auch plus vier. Und ich meine. Ich kann ja. Einig auf. Ja. Wobei. Auf Bananen. Weit ich eigentlich schon nicht wirklich verzichten. Nehmen wir die Bananen. Äh. Du musst glaube ich. Zuerst da. Ich würde aber eben. Gern. Etwas abholzen. Weil ich kann da irgendwie. Was habe ich da. Nochmal Pelz. Okay. Wie viele Aufladungen hast du. Sieben. Ähm. Wir gehen. Und. Ich muss schnell überlegen. Wie ich das machen. Kann ich. Das einfach. Geländerag. Entfernen. Regenwald. Da gibt es ein wenig. Nahrung. Und. Äh. Produktion. Aber. Das könnte ich ja gerade so machen. Nein. Wir müssen es zuerst so machen. Ja. Oder. Wollen wir den Regenwald. Da einfach. Nein. Komm. Wir tun den Abroden. Ist okay. Okay. Vier Runden geht es da noch. Schade. Eigentlich hätte es da hin gehen sollen. Aber. Hm. Das hat nicht geklappt. So. So. Da brauche ich nochmal Produktion. Und zwar. Da unten. Das kostet mich nochmal. 96 Franken. Haben wir. Aber bis ich dort unten bin. Das dauert ewig. Wie viel Aufladung hast du noch? Vier. Ich mache das zuerst. Ja. Vier Runden. Dann brauchst du bis dort. Dann ist ja fast ein Kitschen. Ich bin schon fertig. So. Dann haben wir hier. Wie wäre es wenn du auf Spreitonto gehst. Und dann hier noch eine Strasse baust. Was haltest du von dem? Das machen wir. Ähm. Gange doch du. Bitteschön. Auf. St. Galgary. So. Das wollen wir. Jawohl. Wir haben im Drall einen Fortschritt bekommen. Genau. Das nehmen wir. Das wollen wir. Das haben wir. Alles so. All right. Du kommst da runter. Du kommst da runter. Bitteschön. Ähm. Ähm. Was nächste Runde. Ich will jetzt mit dir da noch etwas rumschiffen. Ich habe da schliesslich einen Plankler. Kannst du nicht mehr weiter. Wo ist mein Ander? Ich will mit dir ja eigentlich irgendwie da rüber. Also das heisst du kommst da unten durch. Oh. Das Feld hier müsste ich eigentlich kaufen. Zeig mal. Schau. Das gibt 3, 2 und 1. Und ich meine das Feld hier ist ja völlig verpfüchst. Jetzt. Da müssen wir die Bananen dann anschliessen nachher. So. Also kommt immer das Feld hier noch. Das ist okay. Ähm. Warte. Jetzt wollte ich doch hier noch schauen. Hier haben wir noch keine Weiden. Warte. Das wollte. Das wird aber bald kommen. Oh. Ja. Sobald der Handwerker sich dann dafür gekämpft hat. Das dauert aber noch ein bisschen. Klappt dann aber schon. Ich befroren habe ich ein bisschen Salpeter. Ähm. Das ist doch eine strategische Ressource. Zeigst du mir die jetzt da nicht an? Oder habe ich die noch nicht? Ah. Wir sind da. Wollen wir jetzt da wirklich die Stadt machen? Zeig mal schnell. Nein halt. Ähm. Tun wir schnell die Linsen ausschalten. Die tut mich jetzt gerade ein bisschen irritieren. Ah. Das ist wirklich nur Schnee. Zwei. Drei. Da komme ich leider nicht bis zu dem Fisch. Und zu dem Fisch komme ich auch nicht. Aber ich mache ja dann da noch einmal eine Stadt. Ich glaube das ist schon gut. Ja. Wir bauen da die Stadt. Ähm. Komm. Da. Zack. Gebaut. Brand Fort. Sicher nicht. Ähm. Wir machen da natürlich wieder unsere eigene Stadt draus. Da. Hallo. Äh. Jetzt habe ich es wieder ausgeschaltet. Ich möchte nicht Brand Fort, sondern Genet Fort. Aber wieso schreibst du das jetzt wieder klein? Genet. Ich schreibe es sogar mit V. Genet Fort. Das ist doch super. Äh. Dann baust du auch gerade als nächstes Monument. Und dann gehst du das hier. Gerade gehen. Bewirtschaften. Weil das wollen wir auch haben. Da haben wir nämlich noch einmal Pelz mit. Jetzt könnten wir irgendjemandem noch Pelz schenken. Äh. Wie wäre es wenn wir. Freundschaft verkünden. Ähm. Ähm. Ich hätte jetzt gerne bei dir eine Delegation vorbei geschickt. Aber komm jetzt mal schauen. Was können wir mit dir handeln. Oh. Du hättest Citrusfrüchte, Kaffee, Baumwolle und Färbemittel. Du hättest eigentlich recht viele Dinge von mich interessieren. Ähm. Was verlangst du für Kaffee? Oder wie wäre es wenn ich dir dafür Pelz gebe. Ah. Du. Dein Kaffee ist viel wert meinst du. Ähm. 11 Gold pro Runde. Nein. 8 kannst du haben. 11. Vergiss es. Machen wir nicht. Ähm. Was gibst du mir für Pelz? Zeig mal. Das sicher nicht. 3. Alter. Von mir verlangst 10. Aber du gibst mir nur 3. Für den schönsten und besten Pelz, der es auf dieser Welt gibt. Unglaublich. Ähm. Ich bin dafür, dass du mir 4 gibst. Mensch. Das willst du nicht. Also dann gibst du mir hier sicher 10. Oder 4. Aha. Nein. Halt. Warte schnell. Falsch. Ich wollte hier auf 15 hoch. Ah. Das willst du nicht machen. 14. Auch nicht. Mensch. Bist du ein geiziger Peter? Echt. Du bist ja voll der Geizkragen. 10. Gold. Also komm. Nimm den Pelz. Verreckt dran. Machen wir bei dir auch noch eine Botschaft. Sehr schön. Kann ich mit dir Freund sein? Ich weiss gar nicht. Ich weiss gar nicht, ob ich mit dir will. Ich Freund sein. Ganz ehrlich gesagt. Was hast du denn da? Ja. Eigentlich scheiss. Ah, schau. Du hast da ganz, ganz viele Leute schon denunziert. Das ist nicht gut. Was hast du eigentlich? Was hast du? Hast du ein unfreundliches Verhältnis mit Peter? Also sind wir lieber vorsichtig. Wir haben einfach mal eine Botschaft drin. Weil wir sind ja diplomatisch neutral als Kanadier. Das ist ja fast so wie die Schweiz. So wie es sich gehört. Ich bin dafür, dass wir einfach offene Grenzen für offene Grenzen tun. Äh, gibst du mir Gold dafür? Was du willst, Gold dafür? Hey, sicher nicht. Ähm, offene Grenzen gegen offene Grenzen. Da bin ich dabei. Und wenn du das nicht willst, dann lass es sein. Ganz einfach. Russland handelt mit Ägypten. Es ist auch endlich Zeit geworden. Ich meine, so nahe wie die hier sind. Ägypten expandiert und hat eine neue Siedlung Memphis gebaut. Da, okay. Sehr gut. Ja, das ist völlig okay. Wir sind in der Renaissance. Wenige Erfindungen waren so. Einst die vier Merkmale des Humanismus sind Neugier, ein freier Geist, der Glaube an guten Geschmack und der Glaube an die menschliche Spezies. Ja, finde ich auch. Äh, will ich da etwas ändern? Ich müsste den da eigentlich nicht mehr haben. Ich könnte etwas anderes nehmen. Äh, Punkt für den grossen Ingenieur. Kultur und Wissenschaft durch internationale Handelswege. Das wäre auch noch okay. Fände ich jetzt auch noch kurz. Es geht durch... Plus 2 Gold für alle Handelswege. Das wäre natürlich... Wow! 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 Das wäre sehr schön. Das machen wir. Äh, ich bleibe beim grossen Schriftsteller. Weil ich möchte mal ein Buch schreiben. Ganz einfach. Äh, wir schauen nochmal schnell, wie es denn da überhaupt aussieht. Wie weit sind wir denn beim Schreiben? Ja, ich habe schon noch eine Zeit entfernt. Wie viel machst du eigentlich? Vier? Ich mache fünf. Okay. Und der nächste wäre dann... Majerika Wendisch. Keine Ahnung, was der für ein Buch geschrieben hat. Abrechnung mit der Naturphilosophie. Das klingt gut. Wir sind so naturverbunden. Ähm, äh, der neue Stadt-Stadt-Quest. Neue Stadt-Stadt-Quest. Was für eine denn? Eingebung für Reformkirche. Äh, und du? Was ist denn das noch? Kabul. Eingebung für Humanismus ausgelöst. Sehr schön. Ah, den haben wir ja schon erfüllt. Gut, gut. Dann haben wir dort oben ein heftiges Unwetter. Wundervoll endet. Zum Glück nicht... Wirklich jetzt. Zum Glück nicht den Kitschen einzuhalten. Das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Äh, Wittmit wollte ich jetzt gerade noch nicht wählen. Da warte ich noch bis die nächste Folge anfängt. Jetzt bin ich einfach hier noch schnell am schauen, was können wir machen. Mit dir können wir zum Beispiel das hier noch machen. Jawohl, das nimmst du mir bitte auch gerade. Sehr gut. Ähm, dann kannst du... Ja, da eine Mine bauen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Da haben wir auch einen, wo wir könnten... Uh, du kommst ja von da. Dann machst du zuerst einmal das klar. Da tun wir jetzt die Badane gleich noch anschliessen. Mit dir möchte ich da weiter. Wer haben wir noch? Wer haben wir noch? Du kommst... Ja, ich würde schon sagen. Entweder da oder da hoch. Oder? Da gibt mir zwar da noch eine Produktion. Produktion... Oh nein, da runter wollte ich. Ja, gut. Kommt das schon. Okay. Äh, das haben wir noch nicht. Das könnten wir ja noch holen. Hm, 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 hm. Okay. Ich bin nur noch schnell etwas rumschauen, was wir sonst noch haben. Oder was wir sonst noch brauchen. Oh, warte. Ausser habe ich doch immer noch einen. Ja, ich fahre mir auch noch schnell. Richtung Westen. Und... Das Land will einfach nicht in Sicht kommen. Doch. Da. Es kommt langsam. Okay. Gut, gut, gut. Dann schauen wir noch einmal ganz schnell da rein. Der Wissenschaftssieg ist uns eigentlich schon fast gäh. Mit 68,1 27 Erforstetechnologien sind wir vor dem Peter. vor dem Coupé, wo ich leider nicht sehe, wie viel er macht. Äh, vor dem Peter auf jeden Fall. Was? 27 und der Peter hat 19. Wow. Die sind ja echt schwache. Du machst immer noch 20 Tourismus und 20 Kultur. 3, 2, 30 und 46 Kultur. Wow. Krass. Du hast 15 und 28. Du hast 13. Ich hoffe, das wird bei mir dann auch noch mehr haben. Ähm, da sind wir nur noch bei 270. Du hast 400. Muss ich echt langsam Angst haben? Echt? Ich frage mich. Muss ich echt langsam Angst haben? Vor dir, lieber Teddy. Wobei, wer hat schon Angst vor einem Teddybär? Hm? Nur die, die Horrorfilme kennen. Und darum danke vielmal, dass du dabei warst. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder in diesem Sinn. Cheers. Tschüss.